Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ORGA TV. Wie immer an dieser Stelle mit Shaila und Mane. Unsere heutige Sendung steht ganz im Zeichen des Sommers. Schöne Temperaturen, schön warm, toller Sonnenschein. Heute leider nicht der Fall, aber wir freuen uns trotzdem riesig drauf. Und deswegen für euch heute in unserer Sendung rumgeflitzt mit Streetcars durch die Lande. Durchgestartet mit dem Boot auf Erkundungstour. Gestrandet mitten in dieser Brücken ein Häufchen Strand. Ja, das ist aber nicht alles, denn passend zum Sommer gibt es heute für euch Cocktails. Das heißt nicht für euch, sondern nur für uns. Shaila und ich sind nämlich auf der Suche nach dem optimalen ORGA TV Cocktail und dafür haben wir eine spärliche, aber doch recht gute Auswahl an Getränken hier. Außerdem, wie ihr seht, haben wir hier den Grill aufgebaut. Auch das nicht für euch, nur für uns. Gehört zum Sommer dazu, vor allem im Saarland, grillen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass wir heute keinen Schwenker hier aufbauen konnten im Studio. Ich weiß, für Saarländer ist der Elektrogrill eigentlich tabu, aber bitte heute mal drüber hinwegsehen. Aber wisst ihr, wie wir heute eigentlich hier sind, sind Cocktails, ne? Shaila? Unter anderem natürlich auch Cocktails. Und wir können ja mal versuchen, unsere Spezialkocktails hier selbst zu kreieren. Was ist denn sonst dein Lieblingscocktail? Erzähl mal, ich drehe mal ein bisschen das Fleisch, ne? Meine Lieblingscocktails, die müssen fruchtig sein, aber man darf den Alkohol nicht so rausschmecken und nicht so sahnig. Und welche sind das genau? Also ich meine, jeder hat ja irgendwelche von den gängigen Cocktails, die er gerne trinkt. Was ist das bei dir? Mein Lieblingscocktail heißt Cinderella. Sagt ihr dir was? Ne, ich kenne nur das Sechser on the Beach, aber... Ja, das war natürlich klar. Nein, Cinderella ist ein typischer Mädchencocktail, weil dann schmeckt man den, den kann man mit und ohne Alkohol bestellen und den schmeckt man da nicht so raus. Und was ist da drin? Jede Menge Säfte und rum. Wo trinkt man den in Saarbrücken am besten oder im Saarland? In Manhattan. In Manhattan. Das Manhattan ist welche? Wo nochmal? Das Manhattan ist neben dem Kaffeebäcker am Markt. Ach, stimmt, da trinke ich immer nur diese Heineken einmal. Kennst du die? Ein Eimer Heineken? Das war klar, dass du wieder total niveaulos... Wo Heineken nicht? Prost, ne? Ihr wisst ja, zum Sommer gehört auch Bier. Und ich weiß gar nicht, wo ich am liebsten Cocktails trinke. Wobei Saarbrücken hat schon so ein paar gute Cocktails. Ja, welche trinkst du denn am liebsten? Ja, so die Klassiker, so Kubalipo oder White Russian. Ab und zu. Ja gut, das ist wahrscheinlich auch alles, was du kennst, ne? Nein, nein, nein. Sechs an der Beach kenn ich ja noch, hab ich ja gesagt. Ja, schreit. So, dann machen wir noch ein Mojito dabei und dann warst du das aber auch. Ja, Mojito. Also Caberinha sehr gerne. Mojito ist so... Ach, im Feinkost Schmidt gibt's den, ähm, wer ist denn der? Tante Schmidt, Onkel Emma, keine Ahnung, äh, das ist so eine Mischung zwischen Caberinha und Mojito und mit Orange statt Limetten. Den finde ich auch richtig gut. Habe ich noch nicht probiert. Das empfehle ich dir. Das ist ein kleiner Tipp für all die, die noch nie im Feinkost waren oder immer schon da waren, aber nur Bier trinkten. Äh, probiert den mal. Also irgendwas mit Frau Schmidt oder so. Ja, aber ich würde sagen, du könntest mir doch mal... Ich soll dir mal ein Cocktail mixen, würdest du sagen. Richtig, richtig. So, wie war das? Fruchtig und nicht zu viel Alkohol, ne? Genau. Ich muss ja auch noch fahren. Nein, ich fahr nicht mehr heute. Na gut, dann mit was soll ich anfangen? Such dir ein Getränk raus. Was soll die Grundlage sein? Wodka? Havanna, bitte. Havanna, Havanna. Gute Wahl. Havanna, ähm, mag ich sehr an Cuba Libre. Denk an die Regie, ähm, Julia mag auch sehr gerne Havanna. Ja, die kriegt später einen gemacht. So, während ich den Cocktail mixe, schaut ihr euch aber erst einmal die News von und mit unserem bezaubernden Moderator Christian Mühler an. Hacker festgenommen. Sie gehörten zu den aktivsten Hackern im Netz. Doch nun wurden in Spanien insgesamt fünf Jugendliche verhaftet, die in den letzten Jahren rund 21.000 Webseiten angegriffen haben sollen. Zwei der Festgenommenen seien erst 16 Jahre alt, so die Polizei. Die Jugendlichen haben ihre Aktionen im Netz koordiniert, sich persönlich jedoch nie gekannt. Zumeist ging es den Beschuldigten darum, Inhalte der angegriffenen Seiten zu verändern. Alternative an Yahoo. Microsoft und Yahoo reden wieder miteinander. Nach dem gescheiterten Übernahmeversuch bietet Microsoft Yahoo Medienberichten zufolge jetzt eine Alternative zur kompletten Übernahme. So sei eine strategische Zusammenarbeit in den Geschäftsfeldern Onlinesuche und Werbung denkbar. Genauere Details ließ Microsoft jedoch noch nicht verlauten, schlossen jedoch gleichzeitig nicht aus, abermals ein Übernahmeangebot auf den Tisch zu legen. Kaffeekränzchen unter Starkstrom. Selbstverteidigung ist kein Relikt aus dem wilden Westen, sondern ein ganz aktuelles Thema. Statt der bekannten Tapper-Partys werden nun in den USA sogenannte Taser-Partys veranstaltet. Taser-Guns sind Elektroschocker, die mit bis zu 30.000 Volt einen potenziellen Angreifer ausschalten. DSDS verabschiedet sich stark. Das große Finale der Castingshow Deutschland sucht den Superstar hat erwartungsgemäß die höchste Wochenendquote eingefahren. 3,28 Millionen der 14- bis 49-jährigen schauten sich die Show an. Der Marktanteil lag bei 30,9 Prozent. Der Sender RTL schlug bereits am Freitag mit seinem Quoten-Hit Wer wird Millionär mit Günther Jauch den Rivalen ProSieben. So, wir sind zurück hier im Studio. Wie ihr seht, Manuel ist gerade dabei, mir einen leckeren Cocktail zu mixen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich traue ihm das ehrlich gesagt nicht zu und hoffe, dass er schmecken wird. Manuel. Ich habe extra vorsichtig geschüttelt, weil in der Probe was beim Schütteln schief ging. Ich verdauere dem Ding nicht so. Ich nutze das normal auch nicht. In der Probe heißt es, du hast den Cocktail schon mal gemacht? Nein, nur in der Schüttelprobe. Ich habe vorher noch keinen Cocktail mit diesen Zutaten hier gemixt, das gebe ich ehrlich zu. Normalerweise gießt man es ja hier raus, soviel ich weiß. Ja, ich glaube schon. Machen gute Barkeeper so. Ich bin mehr so der mit der Brachiale. Die werfen aber auch hier dieses Ding in die Luft. Ja, ja, das ist natürlich alles, ja, welchen Stroh magst du denn? Ich habe extra Stroh. So, wir schauen uns diesen Cocktail an. Wir sehen uns diese Farbe an. Der sieht doch vor allem leer. Das ist kein Cocktail, den man in Manhattan serviert bekommt. Also es geht heute nicht ums Aussehen. Es geht nur ums Aussehen. Ums Aussehen deswegen nicht, weil wir könnten ja auch so noch, keine Ahnung, frische Ananas und so dran stecken oder sowas. Was willst du für einen? Rot oder grün? Ich hätte gerne einen roten. Gut, hier ist der grüne. Vielen Dank. Ach so, rot wolltest du, ne? Ja, rot wollte ich. Können wir tauschen schnell. Lecker. Dann mal Prost. 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 Leute, ich rate euch nicht, einen Cocktail von Manuel zu probieren. Also... Der ist nämlich nicht lecker. Also ich will nicht, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass das der größte Cocktail ist, den ich jemals in meinem Leben getrunken habe. Der ist weder fruchtig, man schmeckt den Alkohol. Ich glaube, da ist nur Alkohol drin. Der ist eigentlich ganz, also für meine Verhältnisse ist er noch ganz mild. Noch hat er eine schöne Farbe und bei den Zutaten habe ich gesehen, die er da reingekippt hat. Das kann nichts werden. Dann verrat doch mal, was drin ist in meinem ersten Versuch für den perfekten Orga-TV-Cocktail. Hat dein Cocktail eigentlich einen Namen? Ja, der perfekte Orga-TV-Cocktail erster Versuch. Ich werde versuchen, das besser zu machen. Was ist denn drin? Also erstmal für die Zuschauer zum Nachahmen. Es ist vor allem dieser sehr leckere Havanna-Club schon erwähnt. Dann jede Menge Ananas-Zitronensack, der aber irgendwie nicht zur Geltung kommt. Ich kann ihn nicht schmecken, nein. Dann Aprikose-Orange-Maracuja-Saft. Jede Menge Cola. Es war jetzt ja mal ein Versuch, weil Cuba Libre ist ja sehr lecker. Deswegen habe ich noch einen Schuss Cola reingemacht. Das mit einem Schuss Cola, das kenne ich von einem meiner Lieblings-Whiskey-Mix-Getränke. Checky Cola. Fast. Whiskey mit Apfelsaft und einen Schuss Cola. Das schmeckt auch ganz lecker. Das ist ja mal kreativ. Whiskey mit Apfelsaft. Nein, nein. Nein, es kommt auf den Schuss Cola an. Der macht das alles noch. Wobei Whiskey, man muss sagen, guten Whiskey trinkt man natürlich nur pur. Genau so wie man einen guten Cocktail auch nur hochwertige Säfte reingibt, die wir auch hier gerade servieren. Ja, der Cocktail hier nicht schmeckt, stelle ich ihn einfach zur Seite und drehe ihn nachher der Julia an, würde ich sagen. Wieso schmeckt der denn nicht? Soll ich noch was nachschütten? Nein, danke. Ich probiere dann lieber OrgaTV Team Cocktail Nummer 2. Nein, Versuch Nummer 2. Jetzt habe ich versehen mit dir Nudelzange in deine Wurst reingestochen. Das ist eine Nudelzange? Wo hast du die denn her? Ich glaube, die hast du mitgebracht. Ich glaube, die ist von dir. Die wolltest du mir als Grillzange unterjubeln. Na ja. Na ja, gut. Ja. Ja, Manuel, was gehört denn eigentlich zum Sommer noch mit so dazu, so zu den Aktivitäten? Erzähl mal. Urlaub. Urlaub. Was denn noch? Gehst du in Urlaub in diesem Jahr? Studenten haben kein Geld? Nein, wahrscheinlich nicht. Nein? Echt nicht? Wieso nicht? Weil Studenten kein Geld haben. Hm. Auch nicht so eine Pauschalreise Last Minute, eine Woche Ballermann oder so? Ein Zwei-Sterne-Hotel? Da denke ich drüber nach. Aber ich wollte natürlich auf den Urlaub hinaus. Ich wollte auf was, wenn man nicht in Urlaub fährt. Ach so. Ich weiß schon. Ich weiß, du wolltest damit sagen, dass du den nächsten Cocktail machst. Genau. Während ich ein bisschen philosophiere, was man im Sommer alles Tolles machen kann draußen. Richtig. Eine tolle Sache, die ich wirklich super mega toll finde, weil ich so ein kleiner Rennfanatiker bin und alles, was fährt und motorisiert ist, finde ich gut, solange es so ein bisschen Speed hat. Deswegen, schaut euch mal an, wir waren mit Streetcarts im Land unterwegs und das hat riesigen Spaß gemacht. Was gibt es im Sommer besseres als Freiluftaktivitäten? Schwimmbad oder lange Spaziergänge sind natürlich nichts für die Adrenalin-Junkies von OrgaTV. Unser Team hat sich die Carts von MyStreetCarts in Waldmoor geschnappt und das Saarland aufgemischt. Mit 90 Sachen durch Homburg und Umgebung rasen und den Wind um die Ohren spüren. Seht selbst, wie es Manuel, Shaila und Chris ergangen ist. Mötenensche 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fernweh? Doch keine Kohle für exklusiven Cluburlaub am Weißen Sandstrand? Wir hätten da eine Option. Direkt in Saarbrücken könnt ihr Urlaubsfeeling pur genießen am Potato Island. Direkt unter der Bismarckbrücke wurde 2005 ein kleines Inselparadies geschaffen und wir zeigen euch die etwas andere Sommerlocation. Auf 5000 Quadratmetern Fläche werden viele unterschiedliche Aktivitäten geboten. Der Potato Beach bietet für jede Altersklasse die passende Area, ob das kühle Bierchen im Biergarten oder ein langes Sonnenbad auf dem Strand liegen. Natürlich wurde auch an die Kleinen gedacht. Ein großzügiger Spielplatz bietet genügend Platz zum Toben. Ihr könnt euch beim Beachvolleyballspielen richtig auspowern, euch frisch machen und danach in der gemütlichen Chillout Area mit Freunden relaxen. Als besonderes Goodie zur Fußball-EM 2008 könnt ihr euch mit Gleichgesinnten zum Public Viewing treffen. Die Oase mitten in Saarbrücken ist täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet und bietet die Woche über ein abwechslungsreiches Abendprogramm. Dienstags könnt ihr ab 18 Uhr gemeinsam mit Tanzlehrer Ronaldo die heißesten Salsa-Moves lernen. Und mittwochs könnt ihr verschiedenen Livebands lauschen. Samstag ist dann die Lounge-Party mit DJ Thomas angesagt, der perfekte Einstieg ins Partywochenende. Die Getränkekarte bietet alles, was das Herz begehrt und für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es typisch saarländisch das Beste vom Grill. Abschließend hat uns der Kurzurlaub sehr gut gefallen und wir entspannen bei einem fruchtigen Cocktail. Lasst euch doch mal am Potato Island berieseln. So, ich habe schon mal vorgesorgt, habe uns beiden schon mal was eingeschenkt. Du darfst probieren, ich hätte gerne einen Strohhalm. Welche Farbe diesmal? Türkis. Türkis gibt es nicht. Ja, deswegen gar nicht. Wir haben noch blau, rot, gelb, grün. Ja, dann gib mir einfach irgendeinen, bitte. Nein, 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 du musst schon sagen, was ich will. Einen grünen. Hatst du schon Geld? Nee, ne? Einen grünen willst du, ne? Hier, für dich. Vielen, vielen Dank. Das ist der, wir kommen ja gar nicht mehr nach. Ja, das ist, ähm, der Cocktail heißt Geres-Spezial. Den gab es doch schon, man musste schon Geres-Spezial zwei nehmen. Der hieß einfach nur Geres. Was ist drin, was ist drin? Da ist drin, ich weiß es nicht mehr. Ich habe alles reingemacht, was ich finden konnte. Der schmeckt wie der Erste, nur mit einem riesigen Schuss Amaretto. Richtig. Naja, ich planche mal hier im Alkohol-Reservoir rum. Fällt alles zentern drüber. Naja, guck mal, die Flaschen fallen schon um. Das liegt daran, dass deine Füße drin sind. Ähm, das liegt wiederum daran, dass, glaube ich, du jetzt genug Alkohol zu dir genommen hast. Nein, habe ich nicht. Und, ähm, das wollen wir unseren Zuschauern nicht mehr länger. Ist noch ein Bier da. Ich habe ja jetzt noch was zu essen. Ich glaube, dein, äh, dein Käse-Griller ist auch bald gut. Ähm, oh Gott, mein Teller ist voll mit Cocktail-Saft. Naja, ist egal, Leute. Auf jeden Fall sind wir wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Und was noch viel, 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 viel trauriger ist, wir haben morgen die letzte Sendung hier in unserem, nicht morgen, Entschuldigung, nächste Woche, die letzte Sendung hier in unserem schönen Studio. Das ist traurig. Das ist traurig. Und dann sagen wir Tschüss. Nächsten Malte geht, verraten wir erst nächste Woche. Nur ist es klar, ohne uns kann es nicht weitergehen. Also, irgendwie vielleicht schon, aber das wäre nicht das Gleiche. Das wäre definitiv nicht das Gleiche. Und ich denke auch, dass die Zuschauerzahl definitiv abnehmen würde. Ich glaube auch, alle Zuschauer von Pließmengen-Bollchen bis Pließransbach, Oleg, war das jetzt schwer zu sprechen, ich glaube, die werden jetzt schon trauern. Vor allem die in Pließmengen-Bollchen natürlich wieder. Meine Freunde, hallo. Äh, ja, dann war es das für uns diese Woche. Schaltet wieder ein nächste Woche, dann mit einer ganz tollen, lustigen, unterhaltsamen Abschlusssendung. Wieder mit uns beiden und ganz vielen anderen mehr. Mehr verraten wir jetzt noch nicht. Wir essen jetzt noch ein bisschen und trinken vielleicht auch noch ein bisschen und sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, schaltet dann auch wieder ein. Ciao.